ein wunderschönen guten tag von chinesischer smartphone kunst ich grüße euch ich habe heute wieder ein mega spannendes smartphone für euch es ist das juniherz tank juniherz baut ja eigentlich nur außergewöhnliche smartphones meine freunde glaubt mir das so die herz tank als heißt nicht umsonst tank freunde übersetzt euch das mal juniherz gibt es auch bei amazon zu kaufen das tank noch nicht das gibt es aktuell bei aliexpress für 382 euro es ist definitiv ein outdoor smartphone freunde nachkampfwaffe die vor allem aber auch im mittelalter geradezu inflation eingesetzt wurde das habe ich dann in alten aufzeichnungen nachlesen dürfen vor allem halt dank des hohen kampfgewichts von 560 gramm das ding wiegt ein halbes kilo wann hattet ihr zu letzten smartphone in der hand was ein halbes kilo wiegt freunde also das gerät wiegt so viel hat wie zweieinhalb normale smartphones freunde läuft auf android 12 wenn wir jetzt denkt das ding ist einfach nur großen schwer der irrt sich der irrt sich also juniherz hat ja auch echt technik verbaut die sich sehen lassen kann auch von vorne bis hinten aber fahren wir mal beim soc an wir haben den hedio g9 90 der ist absolut solide im mittelklasse bereich dem zur seite stehen 8 gb arbeitsspeicher 256 gb ufs 2.2 festspeicher das display misst 6,81 zoll und wird von panda mn 228 glass geschützt auflösung 2340 x 1080 60 hertz lcd ips ist ein guter standard so kamera wer jetzt denkt in outdoor gerät die haben meistens schlechte kameras oder eher mittelmäßig wir haben hier die 108 megapixel kamera von samsung dem zur seite steht eine 20 megapixel nacht sich kamera spoiler mit autofokus jetzt noch eine makro kamera okay wie immer und eine 32 megapixel frontkamera das gehäuse ein autotypisches smartphone ist natürlich robuster und es ist nach ip68 staub und wasserdicht wir haben eine frei belegbare taste damit wir zum beispiel unter wasser auch fotos machen können da funktioniert der touch ja nicht richtig also so die typischen auto eigenschaften die andere smartphones auch mitbringen allerdings misst der akku 22.000 mAh das ist insane also es praktisch eine powerbank mit display telefonierfunktionen internet zugang außerdem gibt es ein riesiges led licht auf der rückseite das ist die taschenlampe funktion hier vom iphone 12 pro ist ja ganz okay es ist ganz okay kann was das ist die taschenlampe funktion vom juniherzt das ist einfach in zehn jetzt schaut mal ganz kurz weg es gibt ein fingerabdruck scanner da ist im rahmen konnektivitäten sind auch echt gut dabei beim lte inklusive band 20 bei china von uns muss man da immer mal ein bisschen nachrecherchieren wir haben bluetooth 5.3 beim dual wifi ac wir haben nfc und ein infrarot port und der gigantische akku wird mit 66 watt über usbc geladen freunde das ist echt ordentlich kabelloses laden wird nicht unterstützt das dürfte aber auch meistens gar nicht funktionieren weil das gerät zu groß und zu schwer ist mal ein unboxing wollen wir mal schauen was juniherzt alles mit liefert aber wir merken schon der preis für dieses gerät das ist eigentlich ziemlich fair weil wir können jetzt ja auch rausgehen dass bei den ganzen features dass die technik darunter leidet aber performance display ist soweit im datenblatt ganz vernünftig wir haben hier bereits zwei display schutzfohlen mit dabei dann wird hier ein 66 watt netzteil auch gleich mitgeliefert hier ist noch ein usbc kabel drin damit haben wir alles was wir so brauchen und freunde das ist das telefon passt mal auch von vorne sieht eigentlich ganz vernünftig aussieht eigentlich ganz normal aus weil wenn wir uns das display body verhältnis anschauen muss man festhalten ist eigentlich richtig gut für ein outdoor smartphone wir haben keine tropfen noch wir haben hier eine punch hole nass die kammer untergebracht die punch hole klebt ja allerdings ein bisschen sehr krass in der ecke aber egal das das ist trotzdem super nice für ein outdoor smartphone sind die display ränder richtig geil so lange bis man halt auf die idee kommt sich das gerät hat im profil anzuschauen nehmen wir jetzt hier ein iphone 12 pro ist ja gegen das spielzeug freunde also selbst ein großes amson galaxy note 20 ultra ja gleich groß ungefähr ne aber im profil freunde ja da denkt man was was ist das damit wirklich im nahkampf nach niemanden plätten mit dem teil schon man muss dazu sagen das gerät besteht natürlich größtenteils einfach nur aus akku solide verpackt das muss man so sagen wie es ist bei der rückseite das ist hier eine komplette metall applikation das ist extrem selten weil meistens sind outdoor smartphones rein in plastik gekleidet daran mangelt ist hier natürlich nicht die verstärkten ecken sind aus plastik die gesamte rückseite scheint verschraubt wenn das keine zierschrauben sind wir haben hier eine öse da können wir noch eine handschlaufe durchziehen hier die drei kameras hier sind zwei verrotlichter für die nacht sich kamera das ist die taschenlampe die richtige wir haben aber für die kamera zusätzlich ein led flash auf der oberen seite haben wir den sim schlitten und wir haben hier den infrarot port und auf der unteren seite ist hier das mikrofon und unter einer kappe haben wir den usbc anschluss und zusätzlich 3,5 mm klinke vorhin also ganz ehrlich was die anschlüsse angeht ist bis juni hat es richtig vorne mit dabei auf der rechten seite power on taste drüber zwei getrennte lautstärke tasten der rahmen selber also zumindest drauf geschraubt ja auch eine metall applikation auf der linken seite die frei belegbare taste fingerabdruckscanner der auch eine taste ist das ist ja unglaublich mysteriös unsere frei belegbare taste ist auch schon belegt moment mit screenshot und gedrückt halten mit der einfachen taschenlampe da ist eine display schutzfolie eine matte drauf die ist eigentlich ziemlich cool muss ich sagen muss ich echt drauf lassen das ist glaube ich schon ausgemessen wir kommen auf ungefähr 500 lux helligkeitsverteilung ist okay da sind wir so im rahmen von zehn prozent 500 lux ist grenzwertig also die meisten werden damit zurande kommen hier brauchen wir wirklich eine sehr starke sonneneinstrahlung auf das display und dann wird es wirklich schwierig das abzulesen ansonsten blickwinkel stabilität ist top die folie macht das wie gesagt hier noch sehr sehr matt farb wieder gab es vernünftig und mit full hat die plus kommen wir ungefähr 400 ppi wir wissen also echt scharf genug wenn wir uns dann hier android mal so ein bisschen anschauen sehen wir das ist ein großen ganzen heißt doch android das ist vollkommen okay blotwerk gibt es nicht es gibt hier den werkzeugkasten und der ist in den falle tatsächlich wichtig denn hier befindet sich dann auch die große taschenlampe das ist sozusagen so eine art app die die dann ansteuert weil über das android system wird immer nur die led lampe vom kameramodul angesteuert a quick step ich kann das hier noch verknüpfen direkt auf den homescreen das ist natürlich geil wie zum beispiel unter wasserkamera oder eben camping lamp so da kommt immer eine warnung man soll bitte nicht reinschauen in das licht ja ist wahrscheinlich instant blind ist gut für die hirschjagd ne also erst den hirsch blind machen und dann eine diskussion über nietzsche anfangen also was man halt so macht wenn man jäger ist das ist jetzt der fuhr merkt schon wie der tisch ausgeleuchtet wird das ist jetzt die volle helligkeit kann er tatsächlich nicht lange halten ich würde mal vermuten dass das ding heiß wird ansonsten haben wir ja half und slightly bright ist immer noch mega hell und halt aus es gibt noch ein sos mode und explosion flash ungeeignet für epileptiker ich glaube die gehen sofort steil duration kann ich auch einschalten dass die sich dann nach 30 minuten automatisch abschaltet so kann ich beim camping zum beispiel das ding irgendwo hinstellen maß licht an macht was ich halt machen will und nach 30 minuten schaltet die sich automatisch ab auch wenn ich sage ich will jetzt nicht ohne licht einschlafen zum beispiel soll es ja auch geben gut warum geht man nachts campen freunde aber egal solche videosprüche kann man hinnehmen wenn man so ein telefon hat wir sind ja auf android 12 android 13 weiß ich nicht da habe ich nicht so viel erfahrung mit juni hat es aber in dem preisbereich würde ich eher nicht darauf wetten systemaktualisierungs app ist da und es gibt auch updates haben wir hier optimist camera optimist audio optimist battery charging aktuell haben wir einen sicherheitsstand vom 5 november 22 wir sind also noch recht aktuell dabei ich will euch aber nicht auf die folter spannen wir kommen zum pc marktbattery live test der ist tatsächlich nach was weiß ich anderthalb tagen ist der halt abgestürzt ist ein bisschen ärgerlich immer noch mit 28 prozent freunde ich habe heute mit der ganzen testerei mit aufnahmen ein drum dran habe ich vier prozent verballert vier wir gehen auf geräte nutzungsdauer da können wir uns das ja alles so ein bisschen ausrechnen da habe ich sechs stunden am ersten tag da lief der pc marktbattery live test 100 lux fest eingestellt ein display und 50 prozent maximaler lautstärke sechs stunden am ersten tag dann den nächsten tag komplett durch das ist der pc markt performance test der hier läuft vorhin egal welches flaggschiff aber den ganzen tag in den test kriegt keiner hin freunde es ging ja weiter es ging weiter und dann ist aber nach einer stunde 14 ist der test leider abgeschmiert und zusätzlich hatte ich noch 28 prozent übrig übrig fast ein drittel nachdem ich das nicht schon über 30 stunden habe laufen lassen 32 stunden lief das ding bereit ich habe noch 28 prozent übrig das heißt ihr habt ihr 40 stunden plus freunde in dem test und das ist einfach unfassbar es ist einfach kein normales smartphone da können wir uns darauf einigen aber es ist trotzdem unfassbar zu der frage ja was was kann man damit anstellen was leistet das gerät eigentlich bringt der akku überhaupt was wenn die hardware müll ist es ja auch blödsinn da haben wir 524 im single core 1637 multichore test hier von geekbench 5 und 9089 ja im work 3.0 performance test ist eben der test der immer durchläuft 9000 punkte das ist echt absolut solider wert für die mitte klasse werte lese und schreibwerte haben wir gesehen ufs 2.2 und das ist sogar richtig gut auch in dem preisbereich kann das mit anderen geräten hier konkurrieren 368.000 im antutu 9.4.7 gpu test hat auch funktioniert temperaturerhöhung von 24 auf 26 grad das ist natürlich insane gut noch besser als andere geräte in der leichten technik warum nur weil das gerät ja viel mehr wärme aufnehmen kann bevor der soc tatsächlich dann auch heißer wird und akku drop von gerade mal ein prozent solide mittelklasse werdet freundin da könnt ihr auch richtig zocken in dem teil kamera blende ich euch mal bitte ein weitwinkel ist leider nicht verbaut stattdessen die makro kamera die meistens nicht viel taugt ist hier in dem fall auch so aber die hauptkamera das ist die 108 megapixel kamera freunde und die erledigt ja echt guten job die kamera ist ein bisschen unübersichtlich aufgebaut ist auch nicht so geil übersetzt gewöhnt man sich aber daran ansonsten hier einfach point and shoot drauf und da kriegt ihr eigentlich ganz vernünftige bilder bei rum ich habe mal rangesoomt das bringt ja natürlich nicht so viel da solltet ihr den 108 megapixel modus wechseln das findet ihr dann im einstellungsmenü gibt es hier keinen modus 12 megapixel ist voreingestellt und ich kann halt hochgehen auf 13.000 32 x 9.024 pixel normal und so kommt ihr dann an die volle auflösung ran freunde wenn ihr mehr sichtbare schärfe haben wollt ne wie sagt reinkroppen ist besser als digitaler zoom ja mehr keine tele ansonsten haben wir eine vernünftige farbwiedergabe wir haben eine vernünftige schärfe was soll ich sagen ihr kennt den 108 megapixel sensor ja inzwischen sicherlich nicht alles hier bis zum geht nicht mehr software optimiert aber ihr bekommt ganz gute bilder raus der autofokus arbeitet zuverlässig der weiß abgleich hat mich nicht in stich gelassen die kamera arbeitet schnellen zuverlässig das passt alles da kann man mal ganz vernünftige fotos machen ich blöde euch mal ein video ein da ist bei 2k 60 fps gemerkt schluss das ist ganz vernünftig leider nicht video stabilisiert ok testen wir mal noch die frontkamera die unterstützt 1020 x 1080 also full ad bei 30 fps das ist okay das ist ein ganz vernünftiger standard und jetzt hört ihr auch noch so ein bisschen die kamera quatsch die mikrofone hallo ihr lutscher ich denke mir das reicht okay wir testen mal noch hier die nachtsichtkamera und wie man sehen kann haben wir auch autofokus geil also das bringt ja auch einen echten mehrwert wenn die autofokus hat die nachtsichtkamera kann auch mal näher rangehen ansonsten habe ich hier alle türen zu das heißt hier drin ist es fast komplett dunkel die tür ist noch so ein ganz kleines stückchen offen so ein läuft absolut sahnig habt ihr ja mitbekommen und ich habe schon die hohen grafikeinstellungen der sound wird schön laut muss ich sagen der monolautsprecher der sich auf der rückseite befindet aber die soundqualität auf 100 prozent ist echt nicht so geil die höhen die überziehen völlig und tun dann schon in den ohren weh würde ich lieber auf 80 prozent halten oder aber nutzen bluetooth lautsprecher oder bluetooth kopfhörer multi touch test kaste wenn ich wenn ich die auf den tisch habe kommt er nur auf 1 wenn ich in die hand nehme kommen wir natürlich ja da kommen wir locker auf 8 also es sind zehn punkte touch für denjenigen die ganze reingucken können wir noch mal die info checken und da haben hier security level 3 so können wir leider nicht in voller auflösung streamen das ist ein bisschen schade ist aber das was wir gewohnt sind und auch ein lcd test und da sehen wir ist echt vernünftig vor allem jetzt auch die ausleuchtung der punch hole ist auch ganz gut gemacht aber wie gesagt die klebt jetzt sehen wir jetzt ja am fullscreen sehen wir das ja ganz gut ne die klebt ganz schön krass in der ecke der ist ein bisschen runtergezogen weil ja so wirkt es halt ein bisschen eigenartig und da kommt es auch eher zum schattenschlag am oberen auf der oberen seite der punch hole aber das ist glaube ich eher ein bisschen meckern auf einem hohen niveau aber sieht soweit ganz vernünftig aus und das display body verhältnis ist für so ein monstrum echt richtig gut ist halt nur so dass das telefon relativ dick ist und es liegt auch recht schwer in der hand wegen den massiven 22.000 mAh ihr habt alles gesehen so an tests also ich finde in dem preisbereich bekommt man sehr außergewöhnliches telefon was echt typisch ist für uniherz die haben kein normales telefon am start es ist alles irgendwie ein bisschen was ausgefallen ist und diese kombination ist aber eigentlich so noch nie erlebt riesiger akku dann irgendwie diese mega helle taschenlampe eine nachtsicht kamera haben wir auch und insgesamt vernünftige hardware nicht der g9 90 die leistung reicht für die meisten mehr als außen dabei haben wir mit 8 gb aber auch genügend arbeitsspeicherkapazitäten wir haben 256 muss immer nachschauen 256 gb festspeicher das ist auch mehr jetzt genug ist aber wirklich nischen smartphone sozusagen wie es ist aber ich finde es sehr gut dass es überhaupt noch hersteller gibt die wirklich nischen smartphones herstellen und nicht ständig nehmen wir nur die gleichen telefon an den start bringen in unterschiedlichen leistungsstufen ich verlinke es euch einfach mal unten in der video beschreibung und ich hoffe ihr fand es spannend abonniert meinen kanal falls ihr neu hier seid gebt mir einen daumen nach oben und schreibt was unten in die kommentare entweder über außergewöhnliche smartphones aus china oder aber über das nicht enden wollende hölzern erotische thema schuhschränke es gibt essen freunde ich muss los bis dahin ciao so 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 so